Ey, wisst ihr, was ich gehört habe? Die Herbstwoche in Lippstadt wird abgesagt. Und am Dienstag riesen Sturm droht und dann das Riesenrad auf den Radausplatz zu fallen droht. Und dann hat mir das geflüstert. Bin mir ganz sicher. Und dann hat mir das wirklich gesagt. Oder eins von den sieben Bieren war schlecht. Oder ein bisschen zu viel Mariana geraucht. Never mind. Destroy all drug jokes. Take care of yourself guys. Goodbye.